Sanne, leiten einmal. Füllen, dis, achz, fühlen, zu nach oben. It's, 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 go, Fülle, tits, Ellenbogen noch mal lassen und achz, Und jetzt, ein, 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 Lassen wir mal die Gegend weg und setzen die mal auf den Schenkel außen drauf. Da wo, wenn wir die Knie geben, so ein bisschen so hart wird, das ist so ein Band, das können wir spüren. Das können wir uns auch vorstellen, dieses Band geht wirklich hier so runter. Und das können wir spüren. Wenn wir uns jetzt zur Seite drehen, dann bleibt dieses Band stark. Wenn euch das passiert, wenn die Hand nach vorne kommt, dann stimmt es nicht. Die Hand bleibt nämlich in der Linie nach unten. Das könnt ihr so einen anderen Punkt nehmen. Wenn ihr euch dreht und die Hand kommt nach innen, dann passt es nicht. Die Hand bleibt in der Verlängerung. Folgendes passiert bei dieser Bewegung. Ich sage euch jetzt mal die einfache Version. Es gibt nochmal eine schwierige Version. Die einfache Version ist, dass ich mich vom Gewicht der Ferse, von außen über die Zeh, hier von unserem Zeh zur Ferse bewege und wieder zurück. Also wie so ein Kreis. Das heißt, Ferse, Zehen, Zehen, Ferse. Und dann sieht das so aus. Raum, 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 Raum. In keinem Moment passiert sowas. Die schwierige Version ist, dass ich eine Acht beschreibe, indem ich sehr wohl mit dem Gewicht auch mal nach oben komme. Das ist ein bisschen schwierig umzusetzen, weil dann doch das Knie gerne innen fällt. Wenn ihr erstmal das einfache macht, dann bleibt ihr besser erstmal stabil in der Mitte. Und das Knie, von dem ihr euch wegbrotiert, schaut mal her, das geht Richtung Zehen. In die Verlängerung, gerade nach vorne. Wenn ich hier stehe, dann ist das die Verlängerung. Okay. Die Verlängerung. Ich mache nicht das. Das wäre was anderes. Sondern die Linie ist gerade. Und da nehme ich mich. Wenn ich die Hände mitnehme, ist das genau das Gleiche. Okay. Nachschlussung. Okay. Okay.